Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nochmal Herzlichen Glückwunsch, Edmund Herzlichen Glückwunsch, Edmund Die Geburtstagsparty ist vorbei Vielen Dank, meine Helfer Ihr habt wirklich alle fleißig gearbeitet Ja, es ist gar nicht so einfach sich um kleine Kinder zu kümmern Ich bin total fertig Ich brauche erstmal Urlaub Der Regen hat alles überschwemmt Unser Haus ist auf einer richtigen Insel Matsche, Pfützen, ich komme schon Oh, wo kommt denn das ganze Wasser her? Wie kriegen wir bloß was zu essen? Ganz einfach Papa schwimmt zum Supermarkt Oma und Opa Wutz kommen mit dem Boot vorbei Ahoi, auch Ein wunderbarer Tag zum Schippern Ähm, ja Wir schippern zum Supermarkt Braucht ihr vielleicht irgendwas? Ja, bitte Wir brauchen dringend Tomaten und Spaghetti Tomaten und Spaghetti? Polly Piepmatz plappert alles nach, was jemand sagt Polly ist unser Einkaufszettel Bist du ein kluger Papagei? Ah, bist du ein kluger Papagei? Dürfen wir auch mit, bitte? Kommt an Bord! Guck mal, da ist Luzi Lackes Haus Wir schippern zum Supermarkt Braucht ihr vielleicht irgendwas? Mama, brauchen wir irgendwas vom Supermarkt? Ja, wir brauchen was zum Abendessen Schokolade, bitte Ah, Schokolade! Hallo, Klausi Hallo, Pepper Ich helfe gerade meinen Opa Wir retten Leute vor dem Wasser Großartiges Wetter für sowas Braucht ihr irgendwas vom Supermarkt? Ähm, vielleicht eine Zeitung für mich Für mich ein Comic Zeitung, Comic! Hallo? Papa Wutz, kannst du alleine heimfahren? Frau Mümmel bringt uns jetzt nach Hause Ist gut Papa, Papa Wir sind geflogen Rauf und runter Und rundherum Oh, äh Zu schade, dass ich das verpasst habe Wir sehen uns zu Hause Wo kommt das Rohr denn her? Ich weiß Ich nehme eine Abkürzung Hm, das ist ein bisschen matschig Komm schon, Auto Papa Wutz muss doch nach Hause Papa Wutz steckt fest Ich rufe Opa Clef Mit seinem Abschleppwagen Hallo? Opa Clefs Abschleppdienst Ich stecke im Schlamm Können Sie kommen und mich rausziehen, bitte? Tut mir leid, Papa Wutz Ich kümmere mich gerade um ein großes Eisenrohr Das hat so ein Verrückter auf der Straße liegen lassen Ich leite Sie weiter an den nächsten Rettungsdienst Hallo? Hier Feuerwehr Ich stecke im Schlamm fest Können Sie mich bitte rausziehen? Tut mir leid, Papa Wutz Ich rette gerade eine Schildkröte Die auf einem Baum fest sitzt Komm runter, Knirpsi Ich weiß wirklich nicht, warum du so gerne kletterst Du bist so eine Schildkröte Keine Sorge, Papa Wutz Ich leite Sie weiter zum höchsten Rettungsdienst Den wir haben Was ist das für ein Lärm? Oh, ich fliege Frau Mümmels Hubschrauber hat Papa Wutz gerettet Hurra! So ein Glück Jetzt kriegt Papa doch noch einen Hubschrauber-Flug Sollen wir ihm zeigen, was der Hubschrauber alles kann? Ja! Er fliegt gerade nach oben Und auch gerade wieder runter Er kann sogar Loopings fliegen Ohohoho! Eiswagen von Frau Mümmel Papa? Warum bist du denn am Eiswagen? Oh, Peppa Ich war gerade auf dem Weg zum Sportplatz Und da dachte ich, ein Eis wäre jetzt nicht Frau Mümmel ist heute krank Du musst für sie einspringen und das Eis verkaufen Hoho! Ich bin doch Experte für Eiscreme Ich hätte gerne ein Kirscheis, bitte Ähm... Erdbeere? Vanille? Schokolade? Banane? Mit Pistazie und Erdbeer, bitte Ah, Erdbeere Oh, es ist geschmolzen Aber wie wäre es stattdessen mit Eiscremesuppe? Abschleppdienst von Opa Clef Frau Mümmel ist heute krank Kannst du vielleicht einspringen und ihren Bus fahren? Aber natürlich, Peppa Alle an Bord? Frau Lockes Auto hat eine Panne Abschleppdienst von Opa Clef Können Sie mich bitte abschleppen? Ich bin gleich da Wir möchten uns bei unseren Fahrgästen für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während ihrer Reise auftreten könnten Einen Bus zu fahren ist nicht einfach Eis zu verkaufen ist nicht einfach An der Supermarktkasse zu arbeiten ist auch nicht einfach Ähm, mir geht's schon besser Darf ich jetzt aufstehen? Nein, Sie müssen ganz ruhig liegen bleiben Aber bitte schön weiteratmen Geht es Ihnen wieder besser, Frau Mümmel? Deine viele Arbeit ist wirklich nicht leicht Auf deine Kinder aufzupassen ist auch nicht leicht Soi, Pedro und Luisa verstecken sich hinter einem Zaun Luzi und Emily verstecken sich hinter einem Busch Nein, Zehn Alles muss versteckt sein Ich komme Ich weiß, wo ihr seid Oh Peppa kann niemanden finden Das gibt's doch überhaupt nicht Freddy Fuchs kommt zum Spielen vorbei Hallo, Freddy Hallo, Peppa Was machst du denn hier? Wir spielen alle verstecken Ich muss suchen, aber ich kann keinen finden Soll ich vielleicht mal für dich suchen? Du kannst es ja mal probieren, aber es ist unmöglich Pass mal auf Hab euch Oh, hallo, Freddy Aha, da seid ihr Oh Oh Freddy Fuchs hat alle gefunden Wie hast du das bloß geschafft? Ich kann einfach gut riechen Was hat denn Riechen damit zu tun, Freddy? Ganz einfach Ich kann euch finden, weil ich euren Geruch erkenne Määäää Ich habe keinen Geruch Ich habe gestern Abend erst gebadet Weiß ich doch Du riechst nämlich fein Oh Hihihi Ich könnte dich sogar mit geschlossenen Augen finden Das will ich sehen Finde Luzi mit geschlossenen Augen Kein Problem Versteck dich, Luzi Eins, zwei, drei, vier Luzi überlegt, wo sie sich verstecken könnte Sechs, sieben, acht, neun, zehn Alles muss versteckt sein, jetzt komme ich Freddy sucht mit geschlossenen Augen nach Luzi Er schnuppert, wo Luzi überall entlang gelaufen ist Um den Baum herum, hinter dem kleinen Busch und den Hügel wieder hinauf Hab dich Oh Hihihi Und alles nur mit meiner Nase Du hast eine Supernase Ja, das stimmt Ich habe eine flache Bongo-Trommel Das ist eine Boran Die ist irisch Man schlägt sie mit einem kleinen Stock Etwa so Ich habe einen Tambourin Sehr gut, Pedro Du kannst es auch schütteln Etwa so Oh Ich habe eine große Trommel Ah, die Bass-Trommel Miau Ich weiß ja nicht, wie das hier heißt Aber es ist kratzig Das Molly nennt man Kiro Und es kommt von ganz weit eher aus Südamerika Boah Und wie kommt es hierher? Ich habe es aus dem Urlaub mitgebracht Und wie heißen die? Das sind Maracas Die habe ich auch aus dem Urlaub mitgebracht aus Spanien Das ist eine Triangel Mein Papa verkauft übrigens Triangel im Zehnerpack Danke, Freddy, das werde ich mir merken Sie müssen nicht im Urlaub fahren, um sie zu kriegen Danke Und wie heißen die? Das sind Kastagnetten Und die verkauft mein Papa ja im Fünferpack Danke, Freddy Allee Kinder, so spielt man auf Kastagnetten Bitte sehr, Emily Muss ich den Tanz auch können? Oh, oh Nein, mach einfach das Kicke-die-Klack-Geräusch Ah, Luise hat sich die Becken ausgesucht Ja Jeder weiß nun, wie sein Instrument klingt Jetzt spielen wir sie alle zusammen Achtung Fertig, los! Stopp, stopp, stopp! Das ist keine Musik, das ist nur Krach Jeder kann bumm, bumm, bumm Aber zum Musik machen müsst ihr aufeinander hören Und im gleichen Takt sein Madame Gazelle, ich kann nicht hören Und gleichzeitig Musik machen Schorsch spielt im Kinderzimmer mit seiner Rakete Schorsch, ich lerne gerade, wie man pfeift Man muss ein O mit seinem Mund machen Und dann pusten Macht nichts, Schorsch Das ist nämlich fast unmöglich Genauso wie mit den Ohren zu wackeln Schorsch kann mit den Ohren wackeln Pfeifen ist noch schwerer Schorsch kann pfeifen Oh Was ist los, Peppa? Ich kann nicht pfeifen, aber alle anderen können das Mach doch nichts, ich backe gerade Plätzchen Möchtest du den Löffel ablecken? Nein, danke, Mama Ich möchte lieber bei Lucy Locke anrufen Na klar, Peppa Guten Tag, Frau Wutz Guten Tag, Frau Locke Peppa möchte gern mit Lucy sprechen Hallo, Lucy Hallo, Peppa Was machst du gerade? Ich lerne, wie man pfeift Aber ich kriege es immer noch nicht hin Hm, das klingt schwierig. Es ist unmöglich. Äh, kannst du pfeifen, Luzi? Nein. Oh, gut. Ich meine, es ist schade, dass du nicht pfeifen kannst. Aber gut, weil ich auch nicht pfeifen kann. Was ist pfeifen überhaupt? Man muss mit dem Mund ein O machen und dann pusten. Etwa so? Hallo, Peppa. Die Plätzchen sind fertig. Oh, lecker. Plätzchen. Die sind heiß. Puste lieber erst mal. Au. Willst du nicht auch ein Plätzchen, Peppa? Nein, danke, Mama. Ich glaube, ich gehe lieber nach draußen und habe mal eine Weile meine Ruhe. Also das nenne ich mal einen Brombeerstrauch. Dieser Strauch stand hier schon, als ich noch ein kleines Schweinchen war. Dieses wuchernde Unkraut. Ich hätte es schon vor Jahren ausgraben sollen. Opa, warum magst du den Strauch denn nicht? Ich mag einfach nicht, wie er mich anguckt. Dummer Opa, das ist doch nur ein harmloser Strauch. Indem es von Brombeeren nur so wimmelt. Schorsch hat ein paar große, saftige Brombeeren entdeckt. Vorsicht, Schorsch, sonst verhedderst du dich noch. Mit dem Stock hier komme ich auch an die schwierigen Bären dran. Schlauer Opa. Aber die besten Bären wachsen hier ganz, ganz oben. Darum habe ich mir die Leiter mitgebracht. Ähm, lehn dich nicht zu weit vor, Mama Wutz. Keine Sorge, in diesem Brombeerstrauch bin ich schon als kleines Schweinchen rumgeklettert. Äh, ja, aber du bist kein kleines Schweinchen mehr. Ich weiß schon, was ich tue. Oh weh, Mama Wutz ist in den Brombeerstrauch gefallen. Mama, kommst du da raus? Äh, nein, ich hänge fest. Du bist gefangen in einem Dornenbusch, genau wie Dornröschen. Was? Es war einmal eine Prinzessin, die hieß Dornröschen. Eines Tages schlief sie in einem Dornenbusch ein. Und dort blieb sie 100 Jahre lang. Ja, eine wirklich schöne Geschichte, Peppa. Da kommt Luzi Locke. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Meine Mama steckt in einem Brombeerstrauch fest. Und da bleibt sie jetzt für 100 Jahre. Genau wie Dornröschen. Und dann wird sie gerettet von einem hübschen Prinzen, der gibt ihr einen Kuss. Meine Mama erlebt gerade ein Abenteuer. Ich wünschte, meine Mama würde auch solche Abenteuer erleben. Könnte sich mal jemand drum kümmern, mich hier wieder rauszuholen? Mach dir keine Sorgen, Mama. In 100 Jahren kommt ein hübscher Prinz und rettet dich. Seht ihr wohl? Das Fliegen ist wichtig für Henni, damit er in Form bleibt. Wer kann mir nur sagen, was Henni noch braucht, um fit und gesund zu bleiben? Er muss was essen. Ja. Er muss was trinken. Das stimmt. Er muss auch ein bisschen atmen. Ja, sehr gut. Er muss auch schlafen. Ausgezeichnet. Entschuldigung, Madame Gazelle, ich hab verschlafen. Oh, Pedro, du schläfst wirklich gern. Ja, Madame Gazelle. Ich habe hier ein Haustier, das schläft auch gerne. Das ist eine Schildkröte. Das ist Knirpsi, die Schildkröte. Hallo, Knirpsi. Knirpsi hat den ganzen Winter hindurch festgeschlafen. Wozu hat sie dieses Schalendings da auf dem Rücken? Diese Schale ist ihr Zuhause. Da versteckt sie sich, wenn sie Angst hat. Magst du die denn wohl mal streicheln? Ja, bitte. Hab keine Angst, Knirpsi. Wie alt ist Knirpsi? Knirpsi ist 33. Das ist so alt wie meine Mama. Und manche Schildkröten werden über 100 Jahre alt. Das ist so alt wie mein Opa. Warum ist sie so langsam? Sie muss ihr ganzes Haus mit sich rumschleppen. Ähm, Doktor Hamster? Ich glaube, Knirpsi will gerade weglaufen. Die kommt nicht weit. Dafür ist sie zu langsam. Kenneth, ich hab noch jemanden, den ich euch zeigen will. Dinosaurier. Ach, Schorsch. Du sagst aber auch immer Dinosaurier. Oh, das ist ein Dinosaurier. Oh. Das ist kein Dinosaurier. Das ist Ella, die Eidechse. Hallo, Ella. Die hat Schuppen wie ein Drache. Kann sie auch Feuer spucken? Nein, aber sie hat eine sehr, sehr lange Zunge. Ich mache die Teekanne. Und wir machen die Tassen. So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee. Oh, diese Kanne ist viel zu weich. Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein. Meine Mama macht richtiges Geschirr. Sie hat eine Töpferei. Oh. Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen und einer Teekanne, wo wir richtig Wasser reintun können. Na klar, kommt mal mit. Das ist die Töpferei von Frau Zebra. Also machen wir ein Teegeschirr. Was ist das? Ton, so fängt man immer an beim Töpfern. Aber der ist genauso weich wie Knete. Der Ton muss weich sein, dann können wir ihn formen. Aber später ist er nicht mehr so weich. Oh. Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse. Fertig, eine Tasse. Boah. Ich glaube, das geht ganz einfach. Willst du es mal versuchen? Ja, bitte. Das ist ganz glitschig. Ah, so geht das nicht. Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen. Eine Tasse kann man auch einfacher machen. Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst. Etwa so. Sieht aus wie ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wabbelwurm. Ich wabbel so rum. Was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wabbelwurm. Wir wickeln ihn rundherum und rundherum. Das wird aber ganz wellig. Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen. Und ich mache einen Henkel dran. Das ist eine Tasse. Jetzt haben wir zwei Tassen. Aber wir machen doch trotzdem unseren Ausflug ans Meer, oder? Also, lasst uns erst mal nachsehen, wie hoch der Schnee ist. Oh, wo ist denn Papa hin? Da ist ein laufender Schneemann. Mir ist kalt. Ein laufender, schnaufender Schneemann. Oh, das ist ja nur Papa. Armer Papa, komm, wir wärmen dich auf. Mama Wutz, Peppa und Schorsch rubbeln Papa Wutz mit Handtüchern wieder warm. Schon besser. Jetzt können wir endlich ans Meer fahren. Bei dem ganzen Schnee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bus heute fährt. Oh. Da kommt Frau Mimmels Bus und hält vor Peppas Haus. Du meine Güte, wie haben Sie das geschafft bei dem ganzen Schnee? Mit meinem großen Schneepflug. Ein Schneepflug räumt den Schnee aus dem Weg. Hallihallo zusammen. Hallo, Peppa. Alle Freunde von Peppa fahren auch mit an den Strand. Nächster Halt, der Strand. Hurra! Herr Bulle und seine Freunde streuen die Straße. Das Streusalz taut den Schnee weg. Hallo, Herr Bulle. Oh, hallo, Frau Mümmel. Wir schuften schon die ganze Nacht. Und jetzt ist die Straße frei. Und zwar bis runter zum Strand. Das ist gut. Wir wollen nämlich an den Strand. Möchten Sie auch mitkommen? Nein, danke, Frau Mümmel. Wir haben noch mehr Straßen zu streuen. Wiedersehen, Herr Bulle. Tschüss und einen schönen Tag am Strand. Heute machen wir einen Ausflug an den Strand. Der Himmel ist blau und die Sonne ist heiß. Und da wollen wir große Bogen bauen aus dem Strand. Schwimmen gehen und dann ein Eis. Endstation, wir sind da. Der Strand ist über und über mit Schnee bedeckt. Was ist das denn? Ist das eine Alarmanlage? Oder das Feuerwehrauto? Nein, es ist Baby Alexander. Hallo, Peppa. Hallo, Schorsch. Hallo, Cousine Chloe. Hallo, zusammen. Hallo, Onkel Wutz. Hallo. Hallo, Tante Wutz. Du kennst unser Baby Alexander noch, oder, Peppa? Ja. Bleibt er für ein paar Tage hier? Nein, das braucht Alexander alles für einen Tag. Du kannst nirgends mehr hingehen ohne dieses ganze Baby-Zeugs. Hallo, Baby Alexander. Er spricht nicht, Peppa. Wenn er nicht spricht, woher wisst ihr denn dann, was er will? Wir schätzen. Ich schätze, er hat Hunger. Peppa, willst du mir helfen, Alexander zu füttern? Ja, gerne. Mittagessenszeit für Baby Alexander. Sieh mal, deine Cousine Peppa gibt dir heute den Brei, Alexander. Bitte schön, Baby. Bäh. Oh, hier, lecker. Bäh. Er dreht immer seinen Kopf weg. Bäh. Baby Alexander zu füttern ist ziemlich schwierig. Guck mal. Hier kommt ein Flugzeug an. Alexander mag's gern, wenn man spielt, dass der Löffel ein Flugzeug ist. Versuch du's nochmal, Peppa. Hier kommt ein Flugzeug an. Schön den Mund auf und rein in die Garage. Hurra. Das war ein Flugzeug. Kannst du das schon sagen? Flugzeug. Ich sag dir doch, er spricht nicht. Er hat noch kein einziges Wort gesprochen. Peppa, weißt du noch, welches dein erstes Wort war? Nein. Das war Mama. Ich dachte, Peppas erstes Wort war Papa. Nein. Hatte ich nicht mal ein Buch über Uhren? Ah, da ist es ja. Alles über Uhren. Opa Wutz hat die Kuckucksuhr repariert. Hurra. Kuckuck. 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 Mama Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Mama. Opa hat uns die Kuckucksuhr repariert. Wie schön. Was ist das? Das ist mein alter Computer. Den kann ich nicht reparieren. Er ist nicht kaputt. Ich habe einen neuen und ich dachte, du möchtest vielleicht den alten. Ähm, ich weiß wirklich nicht, ob ich überhaupt einen brauche. Oh, ein Computer. Und was macht man damit? Mit dem kann man Buchstaben schreiben. Guck mal, Oma. A, B, C, D. Und Zahlen. Eins, zwei, drei. Aber nicht, dass wir ihn kaputt machen, wenn wir einen falschen Knopf drücken. Keine Sorge, der geht nicht kaputt. Du darfst ihn nur nicht mit Milch füttern. Oder mit Keksen. Oder Marmelade. Aber das Beste ist dieses Spiel hier. Das lustige Hühnchen. Wenn du hier drauf drückst, legt das Hühnchen ein Ei. Ich bin sehr gut in dem Spiel. Aber Schorsch ist der Beste. Das ist lustig. Vielleicht behalten wir den Computer ja mal hier, Oma Wutz. Wiedersehen. Wiedersehen. Sollen wir ein bisschen mit dem Computer arbeiten, Oma Wutz? Ja. Komm, wir machen Zahlen und Buchstaben. Papa Wutz, dein Rekord wurde gebrochen. Alle wollen, dass sie wieder Champion sind. Es ist wichtig. Wirklich? Ja. Okay, dann mach ich's. Gleich morgen. Hurra. Aber ich muss das Matsche-Pfützen-Springen erst mal wieder trainieren. Das weiß doch jeder, wie man in Matsche-Pfützen springt, Papa. Ja. Aber nicht jeder ist ein Champion, Peppa. Papa Wutz ist der Meister. Papa, musst du jetzt üben, wie man auf- und abspringt? Nein, Peppa. Ich muss eins sein mit der Pfütze. Was? Um in die Pfütze zu springen, muss ich denken wie eine Pfütze. Musst du nicht auch Rennen üben? Nein. Musst du wenigstens Liegestütze machen? Nein. Ich muss schlafen und von Pfützen träumen. Der Tag des großen Matsche-Pfützen-Springens ist gekommen. Papa Wutz trägt seinen Matsche-Pfützen-Springanzug. Ich finde meine goldenen Glücksstiefel nicht. Die alten Stiefel habe ich Opa Wutz gegeben für den Garten. Meine goldenen Glücksstiefel für seine Gartenarbeit? Du hast doch neue. Das ist nicht dasselbe. Hallo? Opa, diese alten Stiefel, die ich dir gegeben habe. Ähm, ja? Papa braucht sie dringend wieder. Kannst du sie irgendwo finden? Ähm, ich habe sie gerade gegossen. Opa Wutz hat Tomaten gepflanzt in den Glücksstiefeln von Papa Wutz. Wir brauchen sie zum Matsche-Pfützen-Springen heute. Klaro, wir treffen uns dort. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Alle sind gekommen, um Papa Wutz beim Matsche-Pfützen-Springen zu sehen. Was ist jetzt passiert? Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel! Madame Gazelle, Peppa ist aufs Knie gefallen. Dein Knie ist nur aufgeschürft, Peppa. Madame Gazelle macht Peppas Knie zuerst sauber und dann klebt sie ein Pflaster drauf. Und ist es jetzt besser? Ja, danke schön. Also Kinder, ihr habt sicher schon bemerkt, dass Pedro Pony heute nicht da ist. Kommt er wieder zu spät? Nein, Luzi. Pedro ist im Krankenhaus. Oh! Und wir wollen ihn heute besuchen gehen. Das ist das Krankenhaus. Peppa und ihre Freunde machen einen Besuch bei Pedro Pony. Denkt daran, Kinder, bleibt schön bei mir. Ich will nicht, dass jemand verloren geht. Ja, Madame Gazelle! Entschuldigen Sie, Herr Bulle. Wo geht es denn ihr zur Kinderstation? Treppe runter, zweimal durch die Tür. Rechts, links, rechts, den Flur entlang. Treppe rauf, dritter Gang rechts. Oh! Oder Sie fahren einfach mit dem Aufzug. Kinderstation! Petro schläft bestimmt. Kranke Kinder müssen nämlich viel schlafen. Hallo zusammen. Hallo, Petro. Warum schläfst du nicht? Du siehst auch gar nicht krank aus. Ich habe mir das Bein gebrochen. Und jetzt habe ich diesen Gipsverband. Boah! Der Gipsverband hilft, dass Petros Bein wieder heilt. Ich habe mir am Knie weh getan und ich habe auch einen Verband. Boah! Wollt ihr etwas malen auf meinem Gipsverband? Oh, ja! Alle Kinder malen etwas auf Petros Gipsverband. Ich male einen Fußball. Und ich eine Blume. Mr. Kartoffel. Ein Piepmatz. Und ich eine Matschepfütze. Toll! Danke, Freunde. Jetzt darfst du auch auf meinen Pflaster malen. Gut, ich male eine kleine Blume. Danke, Petro. Ahoi, Hopawutz. Herrlicher Tag zum Schippern. Ähm, ja, ahoi auch. Ich bringe mein Boot heute mal in die Werft. Zeit für ein paar Reparaturen. Äh, könntest du vielleicht mein Boot auch mitnehmen zur Werft, bitte? Natürlich. Wo ist denn dein Boot? Ähm, ich stehe grad drauf. Hohoho! Ist es gesunken? Äh, tja, wie man's nimmt. Ich wundere mich, dass es nicht schon vor langer Zeit gesunken ist. Was? Das ist ein besseres Boot als dein alter Rosteimer da. Opa Cleff und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Fang auf, Käpt'n! Ei, ei, Skipper! Opa Cleffs Abschleppwagen hebt das Boot von Opa Wutz aus dem Wasser. Boah! Nächster Halt, Bootswerft. Was ist eine Bootswerft? In einer Bootswerft werden kaputte Boote repariert, Peppa. Das ist die Bootswerft von Opi Mümmel. Ahoi auch, ihr Landratten! Ahoi auch, Opi Mümmel! Ohoho, was ist denn mit deinem Boot passiert, Opa Wutz? Ähm, jemand hat damit einen Anlegepfahl gerammt. Es hat gekracht und ein großes Loch gemacht. Da! Du weißt doch, man sollte nie andere Leute ans Steuer lassen, Opa Wutz. Ähm, ja, kriegst du's wieder flott? Natürlich, ich muss den Schaden grad mal ausmessen. Opi Mümmel misst das Loch im Boot von Opa Wutz. Jetzt muss ich nur noch was zum Flicken finden. Toll, wenn man einfach so ein Boot reparieren kann. Oh, das dauert Jahre, bis man sowas gelernt hat. Und wie lange reparierst du schon, Boote? Jahre! Das ist gut. Also los, Kinder! Und schon geht die Jagd los nach Opa Wutz' Schokoladeneiern. Hast du Zeit für eine Tasse Tee, Opa Wutz? Oho, ja! Die Kinder brauchen ewig, um die Eier zu finden. Ich hab sie nämlich sehr gut versteckt. Hier ist ein Ei! Peppa hat ein Schokoladenei gefunden, in einem Blumentopf. Hier ist noch ein Ei! Luisa Löffel hat auch ein Schokoladenei gefunden, unter den Blättern von einem Busch. Hurra! Ein Ei für mich! Hurra! Emily Elefant hat noch ein Schokoladenei gefunden, in den Ästen eines Baums. Ich glaube, ich rieche Schokolade. Freddy Fuchs hat eine sehr feine Spürnase. Japp! Freddy Fuchs hat ein Schokoladenei gefunden, mitten in der Vogeltränke. Opa! Opa! Wir haben die Eier gefunden! Das hat Spaß gemacht! Aber es war ein bisschen einfach. Für die Kleinen war es nicht einfach. Schorsch, Linus und Edmund haben keine Schokoladeneier gefunden. Ich frage mich, wo die anderen Eier wohl sind. Schoko-Ei! Oh, Edmund! Mir scheint, als ob da irgendwas hinter deinem Ohr steckt. Jetzt hat jeder ein Schokoladenei gefunden. Und was machen wir jetzt damit, Opa Wutz? Ihr esst sie natürlich auf! Hallo, Kinder! Oma! Oma! Wir haben alle Schokoladeneier! Aber wo denn? Ich sehe kein einziges Ei! Die sind schon in unserem Bauch! Und in euren Gesichtern! Ihr faltet das Papier in der Mitte. Dann knickt ihr oben die Ecken um und das Gleiche nochmal, damit es eine Spitze gibt. Jetzt faltet ihr die Seiten zurück. Guckt so! Und fertig ist der Papierflieger! Jetzt probieren wir mal, ob sie auch fliegen. Achtung! Fertig! Los! Der Papierflieger von Mama Wutz landet in einem Baum. Der Papierflieger von Peppa landet in einem Blumentopf. Du bist dran, Schorsch! Du bist dran, Schorsch! Hallo zusammen! Musst du heute nicht arbeiten? Doch, aber ich brauche noch ein paar ganz wichtige Arbeitspapiere. Papa! Papa! Wir basteln Papierflieger! Und wir haben einen richtig großen gemacht! Boah! Boah! Hat einer von euch irgendwelche Papiere gesehen? Ähm... Ähm... Am besten kommst du mal mit! Ist das eins von deinen wichtigen Papieren? Ja! Das ist eins davon! Hallo, Luzi! Hallo, Peppa! Hallo, Zoe! Hübsch siehst du heute aus! Dankeschön, Luzi! Das ist mein neues Kleid! Warum sagst du denn gar nix, Peppa? Ja, warum sagst du denn gar nix, Peppa? Das ist ein blödes Spiel! Was für ein Spiel macht ihr denn? Luzi sagt, ich bin ein Plappermaul und dass ich niemals still sein kann! Du bist ja auch gerade nicht besonders still, oder? Gut! Ich werde niemals wieder ein einziges Wort sagen! Und zwar ab sofort! Hallo zusammen! Hallo, Klausi! Hallo, Klausi! Hallo, Klausi! Was ist denn mit Peppa los? Sie redet nicht mehr! Oh! Wer mag eine Traube? Ich bitte! Ich bitte! Ich bitte! Du darfst nicht mit dem Kopf nicken! Das ist schummeln! Und auch nicht blinzeln! Hallo zusammen! Hallo, Petro! Stimmt was nicht mit Peppa? Sie redet nie wieder! Kein einziges Wort! Warum? Weil sie eben zu viel redet! Ich rede gar nicht so viel! Und überhaupt! Du läufst doch immer so rum und sagst... Oh! Seht mich an! Ich bin Luzi Locke! Na, was habe ich gesagt? Und wie du immer sprichst! Micky-Micky-Micky-Boo-Bah-Boo! So rede ich niemals! Aber schon ein bisschen ähnlich, Luzi! Du plapperst genauso viel wie ich! Ich kann ganz ruhig sein! Das ist nicht so einfach! Aber auch nicht so schwer, Peppa! Na gut, dann mach du's doch mal! Dann machen wir's alle! Wir zeigen es meiner Mama! Hihihi! Mama! Wir sind jetzt alle ganz leise! Unheimlich leise! So leise, dass man einen Ball auf den Boden fallen hört! So leise wie eine Maus! Hihihi! Drei Uhren sind viel besser als eine! Papa, hast du eine Fahrradklingel für mich? Wie viele möchtest du, mein Sohn? Eigentlich brauche ich nur eine! Ich hab sie aber nur im Zweierpack! Freddy Fuchs hat jetzt zwei Fahrradklingeln! Supergut! Danke, Papa! Papa hat mir zwei Klingeln gegeben! Boah! Was hat dein Papa denn sonst noch in seinen Laster? Er hat darin einfach alles! Oh! Was sollen wir denn jetzt spielen? Wir machen ein Fahrradrennen! Mit einem großen glänzenden Pokal für den Gewinner! Aber woher kriegen wir so einen Pokal? Ja! Woher kriegen wir einen Pokal? Ich guck mal, was ich machen kann! Das Beste an einem eigenen Betonmischer ist, dass man... Papa! Hast du einen großen Siegerpokal für unser Fahrradrennen, bitte? Wie wichtig ist dieses Fahrradrennen denn? Es ist sehr, sehr, sehr wichtig! Ist der hier gut? Boah! Danke, Papa! Der ist aus Gold! Ja! Aus Plastikgold! Oh! Ein Siegerpokal! Der ist aus Plastikgold! Boah! Dein Papa hat ja wirklich alles in seinem Laster drin! Jupp! Hihihi! Wer zuerst an Peppers Haus ist! Achtung! Fertig! Los! Nur auf diesen Knopf drücken und schon ist es weg! Oh! Ah! Und wenn Sie auf diesen Knopf drücken, können Sie CDs abspielen! Die Freunde sind alle gleichzeitig angekommen! Alle haben gewonnen! Aber wir haben nur einen Pokal! In meinem Laster sind Siegerpokale für alle! Hurra! Alle Kinder überqueren sicher den ausgedachten Fluss! Hurra! Gut gemacht, meine kleinen Abenteurer! Und was kommt jetzt, Opimömel? Euer nächstes Abenteuer ist, euch über diesen Sumpf zu schwingen! Der ist voller Krokodile! Ah! Ich sehe hier keine Krokodile! Du musst so tun als ob! Zeig diesen Krokodilen, wer hier das Sagen hat! Weg mit euch, ihr fiesen Krokodile! So ist es richtig! Bist du schon mal über so einen Sumpf geschwungen? Natürlich bin ich das! Hattest du Angst? Hattest du Angst? Die Krokodile hat mehr Angst vor mir! OO O grille! Hach! Fertig? Vergesst nicht den Schrei! Ahh! Ich receptor mal! Alle haben den ausgedachten Sumpf sicher überquert. Gut gemacht! Was kommt jetzt für ein Abenteuer? Das hier ist eine Höhle. Große Sportler springen da drüber. Etwa so. Aber ihr könnt auch so tun, als ob es ein Dinosaurier ist und durch seine Beine krabbelt. Bist du schon mal einem Dinosaurier durch die Beine gekrabbelt, Opi Mömmel? Oh ja. Einmal als ich gerade im Dschungel spazieren ging, bin ich mitten in der Dinosaurierwelt gelandet. Das war's. Ihr habt's geschafft. Ihr seid raus aus dem Dschungel. Hurra! Alors, hattet ihr eine schöne Turnstunde, Kinder? Ja, Madame Gazelle. Sie sind jetzt richtige kleine Abenteurer. Wir sind über einen Fluss gelaufen. Und über Krokodile geschwungen. Und unter ein Saurierdeutsch gekrabbelt. Ich liebe die Turnstunde mit Opi Mömmel. Wie lange bist du schon hier? Seit Dienstag. Oh. Ich könnte Geschichten erzählen, wenn's euch interessiert. Nein, danke. Au ja. Also, da gibt's den Himmel und das Meer. Und ich lerne gerade Bencho. Soll ich euch was vorspielen? Nein, danke. Au ja. Als ich heute erwachte, war der Himmel noch da. Genau wie das Meer. Himmel und Meer, Himmel und Meer. Hier ist der Käse. Oh, ich liebe Käse. Und ein neues Buch. Alles über Leuchttürme. Das könnte nützlich sein. Warum heißt dein Haus denn Leuchtturm? Ich zeig's dir, Peppa. Das Treppenhaus geht rundherum bis ganz in die Spitze des Leuchtturms. Rundherum, herum. Das Haus heißt Leuchtturm, weil es eine große Leuchte obendrauf hat. Oh. Sie leuchtet durch das Dunkel und zeigt den Seeleuten den Weg. Oh. Und wenn es neblig ist, nehme ich dieses Nebelhorn. Nebel. Ganz schön laut. Kein Nebel heute. Nur Himmel und Meer. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Nein, danke. Wir müssen los. Wir fahren zur Pirateninsel. Wiedersehen, Hopi Mimmel. Genießt den Himmel und das Meer. Machen wir. Opa Clefs Boot ist auf der Pirateninsel gelandet. Seht mal. Unsere Sandböck ist noch da. Kommt, wir spielen Verstecken. Ich zähle. Eins, zwei, drei, vier. Es gibt nicht viele Verstecker auf der Pirateninsel. Seid ihr schon versteckt? Ich komme. Hab euch. Oh. Aber wo ist Schorsch? Opa Clef kann Schorsch nirgends finden. Ich gebe es auf. Wo ist er? Schorsch hat sich hinter Opa Clef versteckt. Kluger Schorsch. Wir nennen dich Pepp. Oh. Und das ist Schorsch. Wir nennen dich Sch. Oh. Du hast uns gar nicht erzählt, dass du Babycousins hast, Chloe. Ich bin doch kein Baby. Aber ihr seid beide klein. Ich bin ein großes Mädchen. Schorsch ist klein. Ähm, wollen wir euch zusammen was spielen? Ja, komm. Wir spielen Verstecken. Wir spielen doch keine Babyspiele mehr. Wir sind fast erwachsen. Wie wäre es mit dem Ja-Nein-Spiel? Wie geht das Ja-Nein-Spiel? Ich frage dich was und du antwortest. Und wo ist da bei das Spiel? Du darfst nie sagen, Ja oder Nein. Baby, einfach. Also sollen wir anfangen? Ja. Haha, du hast Ja gesagt. Das ist nicht fair. Ich war noch nicht so weit. Belle, bist du so weit? Ja. Haha, schon wieder gewonnen. Peppa ist sehr gut beim Ja-Nein-Spiel. Darf ich jetzt mal die Fragen stellen? Natürlich. Es macht dir nichts aus, wenn ich die Fragen stelle. Macht mir nichts aus. Sagst du überhaupt irgendwann nochmal Ja oder Nein? Das glaube ich kaum. Ich gebe auf. Wie kannst du nur immer gewinnen? Ist doch leicht. Ich sage einfach nie Ja oder Nein. Ha, gewonnen. Du hast Ja und Nein gesagt. Das war lustig. Machen wir noch ein Spiel? Habt ihr schon mal Sardinen gespielt? Was ist das? Einer versteckt sich und die anderen müssen ihn suchen. Hört sich genauso an wie Verstecken-Spiel. Hier ist dein Geschenk, Papa Wutz. Ah, Socken. Und ich habe Socken. 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 Also, dann ist das letzte Geschenk bestimmt für... Mich. Ich habe mir eine Puppe gewünscht, die läuft und spricht und die Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Oh, Vogelfutter? Vogelfutter? Das Geschenk ist für Polly Piepmatz. Aber das war doch das letzte. Der Weihnachtsmann hat mich vergessen. Hallo? Darf ich bitte mal mit Peppa sprechen? Peppa, Luzi Locke für dich. Hallo, Luzi. Hast du deine Puppe bekommen? Nein. Ich habe eine. Sie weint und lacht und schließt ihre Augen und sie kann alles. Der Weihnachtsmann hat dir meine Puppe gebracht. Nein. Auf dem Schild steht für Luzi Locke. Dann hat der Weihnachtsmann mich wirklich vergessen. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann ist auf dem Weg nach Hause. Jetzt ist das letzte Geschenk in diesem Jahr auch verteilt. Oh, was ist denn da ganz unten in meinem Sack? Der Weihnachtsmann hat dich bestimmt nicht vergessen. Ich war doch ein liebes Schweinchen, oder? Ho, ho, ho. Weihnachtsmann. Ähm, hallo. Er ist durch den Kamin gerutscht. Na, was denn sonst, Oma? Hier ist dein Geschenk, Peppa. Entschuldige bitte die Verspätung. Meine Puppe. Danke, Weihnachtsmann. Möchten Sie etwas Weihnachtspudding? Schorsch und ich haben ihn gerührt und uns was gewünscht. Mh, lecker. Ich habe mir gewünscht, dass uns der Weihnachtsmann an Weihnachten besuchen kommt. Und so war's. Ho, ho, ho. Ha, 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 ha. Ich habe mich sie wieder an. Und so war's, was denn da With focus wirken�� Joshowiak? Das war's.